voll der ganove hier lassen wir es erstmal dabei und suchen uns die richtung ist meine quest suchen und gehen wir auch mal dahin schade der trick mit dem doppelte drücken klappt hier irgendwie nicht also da sollte man sich schon noch mal umgucken ob die tür auch wirklich zu ist ein klingelbeutel jetzt habe eine pistole auch endlich futter und mein hase will zu mir soll zu haben aber ich bin zu langsam ausnahmsweise aber ich krieg dich noch pilze gehen wir mal in die richtung zu unserem unsere quest und nebenbei halten wir ausschauen nach einer base hier sind ja einige drauf ist auf jeden fall neu keine ausdauer war ja klar möchte nach hinten gucken diese ausdauer nicht haben ist echt nervig muss auf jeden fall auch noch mal meine punkte ausgeben kommt die könnte aber wenigstens in meine richtung gehen hier das hat sich doch gelohnt was gepennt cool so bin ich eigentlich schon wieder überladen habe ich doch gar nicht so kommt man auf jeden fall auch leicht an kills muss ich ja mal sagen das war jetzt easy so bevor wir weitermachen gehen wir erstmal fähigkeitspunkte aus nämlich das mit cooleren stuff kriegen was wenn noch wichtig pack esel ich brauche mehr platz in meinem rucksack ich knüppel 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 und ausdauer komm stärke in hoffnung dass das alles jetzt ein bisschen schneller vonstatten geht da kann man nichts machen die mülltonnen sehen jetzt draußen hier auf jeden fall recht cool aus das ist ein rezept habe ich nicht angriffe mit knüppeln haben eine chance von 20 prozent feine niederzustrecken perfekt oh gott oh gott und geschütztürmen naja sowas habe ich nicht noch nicht das ist noch zu früh im spiel man ist mir so gewillt diese dinger hier zu looten in hoffnung dass hier wasser drin ist aber soll mir nicht vergönnt sein das ist mein haus haben wir die fähigkeit von gewähren da ist irgendwo ein hund mein das wäre aber stufe zwei ich habe ich stufe ein ups viele von diesen kriechdingern hier was na los ganz schön was los hier gottes willen sind die wege weit hier also der trader ist tatsächlich nicht ganz so gut gelegen muss ich sagen sollte mir irgendwas dazwischen holen was halbwegs dicht am trader aber nicht ganz so nah dran ist das wäre doch ein cooles haus was ist denn das da das müssen wir mal im auge behalten die wollten eine scheuern nix da das hast du jetzt davon cool perfekt oh schnee ist dahinten man man habe ich ja hier alles nah bei mir und natürlich habe ich hunger wird auf jeden fall schnell einen kochtopf und einen grill finden das war nicht das richtige die autos nehmen wir mit da dass er gleich alles resettet wird so den zählen sind ja einige autos hier ich höre doch hier schon wieder jemanden trotflintenmagazin vergrößerungsmods finde ich toll da ist nicht so viel los gleich ein dicker ich habe keine ausdauer da haben wir doch direkt mal ab essen und trinken vorher noch mal was aber nämlich auch gleich ein bisschen mehr platz im inventar ich fange ja nicht an noch agiert zu werden meine güte jetzt geh doch mal hier geht doch na wann haben wir es denn jetzt keine ausdauer ja geht doch dann würde ich sagen gucken wir mal schnell küchetechnisch was hier so los ist wir schaffen uns einen überblick wieso kannst du hier durch und ich nicht das ist wohl unfair das ist jetzt hier voll die falle übrigens sperrt man sich nämlich selber den weg also passt da schön auf das ist nicht so schlau küche küche ist gut ich brauche steinfacht so gucken wir mal auf wir hier was schlaues finden sieht nicht wohl so aus 19 uhr na dann sollte ich wohl mal zusehen da jetzt hier nichts mehr zu sein scheint fange ich mal direkt die quest an kann ich die tür übrigens zu machen kann ich mach doch mal kaputt das finde ich übrigens jetzt richtig lustig gibt ja neue türen und man kann jetzt durch diese türen die zombies treffen was gerade so mit dem sperr das handling gerade richtig vereinfacht muss ich mal so sagen natürlich können aber auch die zombies ab einem gewissen zustand durch die türen durch krabbeln das ist auch was man auch beachten sollte ist das ne ne so ich finde mir wird jetzt was hilfreiches kühlschrank ist auf jeden fall zu und die schränke hier auch richtig glück haben aber nur wenn hätten wir jetzt einen kochtopf oder einen grill oder sowas ähnliches gefunden oder auch nicht das kommt weg kann ich hier noch irgendwas ja hier kommt trinken na wo ist sie denn die war aber eben nicht da da hast du dich da hinter dem blauen versteckt die sind ja fies sie die spawnen einfach so laufen kann die auch noch so wo haben wir das zeug brauchen wir nicht es gibt auch noch eine etage oben jetzt gedacht ist das nicht gemein die truller liegt da hinten und ich kann wegen der kugel die nicht treffen und fair würde ich mal sagen aber was ist schon fair jetzt aber zacki zacki 20 uhr da hinten liegt einer handwerksfähigkeiten und fertigung von knüppeln sehr hilfreich so gab es da irgendwie noch was heute also auch noch die frage ist nur was hallo überschaubar aber wäre doch mal was für die nacht wenn hier nicht so ein ding wäre mit balken so liebe leute ich sehe das theater hier schon gleich links und rechts erwarten mich hier nette freunde eigentlich hätte ich die tür auch zu machen können und hätte sie sich die tür vornehmen können und gut wäre es gewesen dann so das gleiche nochmal für die andere seite würdest du sagen da ist keiner drin würde ich ja fast nicht glauben können sehr verdächtig cooles zeug komm das essen wir erstmal handwerksfertigkeiten jawohl jawohl das tragen wir direkt nicht ich habe schon fünf voll sind das luxusprobleme hier da kann ich brauche ich denn dafür mit hier ist echt nichts mehr tatsache so 21 so 21 13 ich habe nicht mehr so viel zeit und zum trader schaffe ich es tatsächlich nicht mehr da der doch echt weit weg ist was haben wir hier noch sammelwerkzeugen nehmen wir mal mit die dinge und holz jawohl so und ich bin überladen natürlich zurück zum händler und ich brauche ein dach die autos habe ich hier noch nicht gelootet fällt mir gerade ein kann ja einfach mal auf dem dach hier oben drauf bleiben ja ich fände eine batterie warum auch nicht pfff woodframes habe ich ja ein paar aber tatsächlich keinen kochtopf hätte mir mal echt den kaufen sollen Motor Leute wollt ihr mich veräppeln das ist doch echt nicht euer ernst ich finde einen Motor Gottes Willen der bringt 60 der 40 du bringst 40 ich kann nicht zu legen genau wie bringt es da immerhin was so 48 leider kein glück ich hätte ja echt noch gehofft dass ich hier irgendwie einen Grill finde aber nö jetzt ist es gleich 55 brauche ich auch nicht mehr weiter gehen von daher gehen wir einfach mal aufs dach da ist ja da ist ja irgendein Pack finde ich ja lustig naja ich bin nicht mehr überladen das ist natürlich richtig cool ich da drin nee gibt es da irgendwas hm sieht man nicht naja auf jeden fall hat man hier eine gute Aussicht auch über die Stadt auch über die Stadt also ja der Trader ist da also wahrscheinlich wäre es cool wenn ich mir irgendwie hier in der Mitte irgendwas besorge ich werde mir auf jeden fall hier nochmal einen Weg für den Trader speichern ja ja da ist die Tanke da bin ich jetzt ja also tatsächlich irgendwo hier in der Mitte dass ich es immer relativ kurz zu der einen oder anderen Seite jeweils habe muss ich irgendwie gucken dass ich in der Richtung da hinten irgendwas finde das Haus tatsächlich das Haus was ich da ja hatte aber das ist noch ein bisschen zu dicht dran ähm da müssen wir auf jeden fall rein in die Police Station da gibt es richtig geiles Zeug wenn das noch so ist wie früher da oben werden wir auf jeden fall auch nochmal rauf da in dem Häuschen gibt es den coolen Stuff ähm ja also ist gar nicht mal so klein die Stadt für den Anfang ähm ungewöhnlich aber okay ich bin mal wieder komplett überladen was überhaupt nicht ungewöhnlich ist völlig normal ja mal gucken wie ich damit fertig werde ich habe auf jeden Fall noch einen Punkt den ich ausgeben kann und das werde ich machen für ich glaube den Magen damit ich nicht so viel essen muss ne entweder das oder der Heilfaktor Mensch was mache ich denn vom Heilfaktor vom Heilfaktor vom Heilfaktor das wäre ganz gut das Dauertraining ja muss auch so gehen das war es von mir soweit zweite Folge 7 Days to Die mit der Alpha Experimental Version ich hoffe es hat euch gefallen lasst gerne ein Like da ja wenn euch mein Video gefallen hat würde ich mich auch freuen wenn ihr meinen Kanal abonniert um einfach immer auf dem neuesten Stand zu bleiben wenn ich wieder ein neues Video hollade also dann bis bald eure Bora dann bis bald und bis bald durch die die Untertitelung des ZDF, 2020